So jetzt nehm ich auf. Ich mach jetzt keine Ansage, weil ich hab jetzt keine Stimme mehr dafür. So, lasst euch einfach, lasst euch berieseln von der Atmosphäre unserer gestörten Gemeinschaft hier. So. Nein, Quatsch. Also der Jupp ist dabei, der Markus ist dabei, äh, Finger in the Link, schuldigung. Ich vergesse das immer. Der Stickman ist endlich wieder dabei! Stick in the dick! Und der Toast. Der Toast ist das erste Mal ne Aufnahme dabei, der war bei Reign of Kings mal dabei, aber jetzt... Hey! Danke! Äh, Flash? Du hast mir gerade die Verbindung vom Server getrennt. Super! Was? Mir ist gerade das Spiel auf die Kette. Egal, komm wieder rein. Du kannst ihn wieder übernehmen. Der Markus ist das Monster. Der Finger in the Link, der Behemoth und der Kübel ist fat aus dem Maul. Ja, und die Verbindung zu deinen vorigen Sitzungen wurde nur unterbrochen. Du wurdest abgemeldet. Ja, dann meld dich wieder an! Ähm, Marc, du läufst ganz vorn. Das ist sehr schlecht, wenn du den Chat-Pack-Unterstützer hast und vor uns läufst. Schieß dich der Part hier an! Was? Wie kriegt das nicht? Wieso scheust du denn alle Vögel auf? Marc, du hast was anderes? Ja, technische Schwierigkeiten, so wie immer. Ahhhh. Sind wir einige wo? Dann lauf mal ein, bewegt euch doch mal. Komm, spring! Spring wir auf! Los, mit Gas! Alter! Wie weit ich fliegen kann, wie geil! Jo! Warum ist denn der so schnell? Der Behemoth ist niemals so schnell. Markus macht die Cheats aus. Haha. Wie er sich konzentriert und nichts mehr sagt, weil er Angst hat. Okay, der verarscht uns. Die Spuren gehen in die eine Richtung, aber... Sackgasse. Dann wird's einfach mal hier stehen. Wir haben doch die Daisy. Komm, Daisy, mach mal was. Ja, ich kaufe doch der Daisy nach. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, ne? Wegen... Der hätte ja zugemacht. Ey! Wer steht da zu? Wir sehen! Hinten ist er doch! Die Sau! Da, Markus! Jetzt geht's ja an den Kragen, du Sau! Komm her! Pass auf, ne, wegen der Höhle. Nein! Oh mein Gott! Nein! Wird ja wieder falsch gesetzt! Oh mein Gott! Jetzt hat ja auch noch Abklingzeit, alter. Achso, der Jupp kann nichts sagen, weil die Leute fragen, warum der nichts sagt. Der hat Bronchitis. Der ist im Arsch. Der ist kaputt. Kann nie wieder reden. Der wird für immer eine Pantomime machen müssen. Ja. Da diese Gebärdensprache. Let's play. So, warte mal. Wo ist er hin? Nee, sie strefft doch links. Ach, er kann ja schreiben. Alter, wenn der... Leute, wenn der Level 3 bekommt, ne, dann haben wir... bekommen wir ein riesen Problem. Jagen die! Hat den Vorteil mitgenommen? Ja, natürlich. Sehr gut. Ist nämlich damage. Was ist denn der denn? Phase 1 wäre eh zu einfach. Ich sehe ihn. Ja, dann sperren ein. Nein! Hilfe! Was denn? Was macht ihr denn? Komm! Leute! Markus! Komm her! Ich bin's! Die Fliege! Oh! Mama! Was ist denn? Alter, hör auf mich abzulecken! Du Sau! Hilfe! Jupp! Du bist Tank! Wo bist denn du? Komm her! Ja, so ein Jetpack-Boost wäre jetzt ganz geil. Damit ich hier wegkomme. Wer ist tot? Wenn du noch Energie hast. Wer ist tot? Wer ist tot? Wer ist tot? Der Supporter! Bist du tot? Hab ich mich tot verpasst? Ja. Warum lässt du dich denn nicht heilen? Hä? Seh ich dann wahrscheinlich in der Aufnahme. Wer ist dich? Keinem Feld ist bereit! Jupp! Geh mal wieder weg! Ich hab's überhaupt nicht zu tun! Komm! Toasty Boy! Komm, Rückzug! Ja! Piss dich! Kannst eh nur einen von uns bekommen! Achso! Achso! Super! Hast du gut gemacht, Marc! Oh, der Marc hat drei... Ich lebe! Ich lebe! Was hab ich? Du hast ja drei Wochen kein... nichts gespielt, deswegen kann man das noch verstehen. Ich hab gar nichts gezockt! Ey! Toast! Wenn du jetzt irgendwo in irgendeine Pflanze reinläufst, ne? Ich sag dir, pass auf, ey! Wo du hinläufst! Scheiße, ey! Markus, du bist ein Arsch! Was? Wie war's? Warum hast du mich verfolgt? Ich bin nur ein armes kleines Insekt, ey! Ich bin nur ein armes kleines Insekt, ey! Weiß du dir hier wohl will! Lalalalalalalalalalala! Ey! Wir kommen zurück! Meine Freunde! Ey, Job! Warum hast du nur den Markov? War voll der Noob, der Markov! Die Minen wurden doch genervt! Du hast doch ne Heid! Oder? Schreib was! Sag's mir! Achso! Ja, das ist ein Argument! Da! Vögel! Ah! Vögel! Piep! So! Ich hol mir erstmal den Vorteil hier vorne aus, genau! Ja, jetzt passt wieder auf, wo du hintrittst! Stick in den Dick! Ich hab nämlich nix davon mitbekommen! Wolle ich machen helfen? Genauso bin ich! Oder schreist nächstes Mal! Ja, jetzt eigentlich schon Stufe 2, oder? Stufe 2, ja! Wir haben auch eben gegen ihn gekämpft, dass er Stufe 2 gehabt hat! Gib mir nen Boost! Gib mir nen Boost! Wo bist du denn? Vor dir! Ganz spät! Ganz spät! Schon leer! Easy hat was gefunden heute! Ja, ja! Ich bin schon auf dem Weg! Wer piept denn hier da unten im Hinterkopf? Ja, ich hab ihn! Ja, was heißt, wer piept denn hier? Pst! Scheiße, wir haben keinen Crow! Mit dem Crow könnten wir jetzt die Energie wegmachen, ohne Schild! Scheiße! Wo ist er? Wo ist er? Ich höre ihn! Wer ist da drunten? Ah, ich seh die Feuerspur! Na Markus, wo hast du dich verkrochen? Jo, du musst runterkommen! Keine Reichweite! Ja! Ich brauch Support! Und ich brauch nen Boost, um nicht hier rauszukommen! Bitte! Okay! Verpiss dich! Ich bin kein Medic! Ich bin kein Medic! Ich seh nur so aus! Aua! Jetzt lieg ich wieder am Boden! Ne Leute! Scheiße! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Mach den kaputt! Jupp! Hau alles raus, was da ist! Uah! Maschinengerät! Ja! Uah! Alter! Aber der Behemoth ist auch sehr schwer gegen vier Spiele zu spielen! Muss man dazu sagen! Wenn die Leute jetzt denken, der magisch ist voll der Noob! Ja! Ah! Ja, das mit der Sunny und dem Chat-Pack-Ding, das ist halt schwer zu spielen, Marc! Das ist halt... Ja! Du musst echt mal gucken, dass du hinter den Leuten bist und denen im richtigen Moment das gibst! Das Problem ist, du gibst dann diesen Boost, verbrauchst deine Munition dafür und die Leute laufen einfach vorbei, dann schaust Chat-Pack zu benutzen! Das ist halt auch so was, ne? Ja, das ist voll die Verschwendung, ne? So, ich hab jetzt 10 Minuten Folge! Wir müssen noch einen dranhängen, Leute! Ja! Wer will jetzt Monster spielen? Jope! Huh? Jope! Jope! Herrult, was war das für ne' Antwort, weil wir den Monster spielen? Jope! Was Jope? Jope... Jope?! Und... Ah Ja! Ja, das war ehrlich! Nein, dann spiele ich das Monster an. Nein, Finger in the Link. Ich brauche mit meinem Team. Der Bonchit, diesen Mann ist da. Ey, Job, es geht. Er kann auf einmal reden. Hallo, warum habe ich einen schwarzen Bildschirm? Hilfe! Ah. Äh, ja. Ähm, Moment mal. Machen wir einen anderen Modus? Wer hat denn die Lobby nochmal aufgemacht? Ich. Ich hab die aufgemacht. Eieieie. Äh, wieso kann ich jetzt keine Option mehr ändern? Okay, warte mal. Hey, warte mal. Ich will keinen Sturm schalten. Ja, schon wieder Fusionskraftwerk. Nee, sorry. Warte mal. Müssen wir die Lobby verlassen. Verlassen. Ja. Sorry. Komm, bock auf den Story. Es ist in der Parkour, koste Mark nur. Alter. Ach, ihr seid noch alle hier drin. Sehr gut. So. Moment. Wo kann ich denn die Map jetzt nochmal einstellen? Muss ich noch eins zurück? So, hier. Jetzt bin ich richtig. So, wollt ihr nochmal Jagd spielen? Verteidigung, Nest, Rettung oder was? Scheiss egal. Letzte Runde, komm auf. Do it. Do it. Komm, ich mach einmal Verteidigung. Da der Maus ist Level 3. Do it. Do it. Ich hab' ich dir noch Level 3. Okay, okay. Okay, ich hab' gezwungen, was? Remi, Demi. Remi, Demi. Wann und Remi, Demi. Ja. So ist das. Ah! Fahren wir mal an zu Deffen, ne? Ja, okay. Mh, Death. Traf. Traf. Alter, willst du mich verarschen? Erst hast du gut gemacht. Wenn der jetzt angreift, haben wir die Arschgarten. Diese Noobs, ey. Hier würde Bucket wieder passen. Ja. Dann ist er doch die Sau. Hier, Schnüffel Gas. Bösewicht. Ah, ein Duck wie ein Duck. Influssionszone. Tja, hätten wir jetzt diesen Artillerie-Schlag, ne? Würde das alles schneller gehen. Okay. Okay. Hm. Ich will ja den Zuschauern gerne erklären, was sie durch die Gegend schießen, so. Aber ich will ja nix dem Markus verraten, ne? Bin. Also ich kann einmal dies und ich kann den Vogel rumwerfen und mein Vogel findet nichts und hat was gesehen. Schieß das Geschütz. Was war denn das? Ey, ich hab sie gefunden. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich hab' ihn gewonnen, ich hab'n Finderling. Finderl. Wer lockt denn jetzt die Dina weg? Von dem Schlag. Oh Mann, ey. Stickman, komm hier runter. am scheiß war mir so klar den anderen der dünne natürlich merkst du es jetzt erst gibt doch nix mit hier war mir so klar Alter, kotzt mich nicht an. Jo, also... Nee. Failed voll. Geile Meier, Alter. Wenn man den Artillerieschlag zweimal in den Sand setzt und dann sich von der Gruppe... Wenn man sich auseinanderzieht, anstatt zusammen zu bleiben, mit AOE-Heilung und so, ne? Also der Markus... Ja, ja, es ist so. Hier, Jo. Da unten. Ja, der bleibt, Jo. Keiner sollte mit in Deckung. Überlazarus nirgendwo. Wir sind weg. Jupp. Jupp, nein. Wo ist eigentlich unser Support? Er hat auch den Schildgenerator, oder hast du mit dem keinen? Den hast du nur genommen. Weiter ab. Leute, alles draufrotzen. Alles. 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 Bleib hier, du Sack, ey. Ich hab's Maul. Markus, komm zurück. Bleib hier. Ja, da kannst du spucken, wie du willst. Der spuckt gleich zurück. Wie erwartet, ich hab's doch gewusst. Aber bis jetzt mal hier. Gas in die Fresse. Das ist mein Team. Leute, der ist fast tot. Komm. Du bist zu weit weg. Du bist zu weit weg. Ich hab keine Heilreifweite. Scheiß auf den Generator. Wir haben noch zwei, Jo. Der ist fast tot. Das ist das Wichtige. Schildgenerator. Hilfe. Hallo. Support. Wo bist du? Ich bin schon dabei, Mann. Support. Also, liebe Zuschauer. So macht man es nicht als Support. Leute, der ist fast tot. Ich hab verarschen, Alter. Schlechter Scherz. Steig zusammen. Will ich verarschen? Hau ab. Du musst abhauen. Du bist alleine. Oder du schaffst das vielleicht sogar noch. Jupp. Du nutzt den scheiß Chatpack, um auszuweiten. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach ja. Wie knapp. Was ist das denn? Ganz schön knapp. Alter. Der war ich. Wie geil. Da hat der Jupp den am Boden noch abgeknallt. Warum sollte ich mich zurückziehen? Das war... Ich bin dein am Boden noch. Ja. Das war mir. Das war mir. Da hat der Jupport. Ich bin mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020